Herzlich Willkommen zu Balcony TV Vienna. Ich bin Ena Helena und begrüße ganz herzlich James Joyce und The Bad Decisions. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Ihr werdet für uns einen Song mit dem Titel November Leaves spielen. November Leaves. So, take it away. Take it away. 1, 2, 1, 2, 3, 4. There's a hole inside my pocket My thoughts fall into every night From time to time I think it's worth it Having them now roll around inside my mind A cold tap in my apartment Lets nine drops fall every hour And on the day it reaches ten I swear to you I'm gonna focus on my power I close the door to that room Father wakes up every morning Picks up the paper with a frown Reads at the table Eats at breakfast And the vibes all of the sadness of the town And there's a man who lives on Grove Street Each day he rakes November leaves And leaves them all hot 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 so neatly Yeah lets them be blown back beneath his feet Make me love you in a way that I don't wanna love you Make me love you in a way that I don't wanna love you And every night it feels I'm chasing A dream I've always hoped to see I've slept through most of them mistaken Fantasies for memories of you and me And there's a song that I've been writing That goes around the same full chorus The minor fall is just a finger slide away But I keep pulling it towards A brighter sound for you You make me love you in a way That I don't wanna love you You make me love you in a way That I don't wanna love you Make me love you in a way that I don't wanna love you Make me love you in a way that I don't wanna love you You make me love you in a way that I don't wanna love you Make me love you in a way that I don't wanna love you Vielen Dank! Wow! Das geht ganz schön rein! Das ist ein schwieriges Thema! Wie hast du es aufgelöst? Gute Frage! Die Idee hinter dem Song war You make me love you in a way that I don't wanna love you War irgendwie so ein Satz, der zu uns gekommen ist Und in dem wir dann eigentlich so Bildsprache aufgebaut haben Jede Strophe war aus verschiedenen Emotionen und Bildern Und mit denen wir dann sprachlich einfach so wie ein Bild das entstehen soll gebaut haben Und all diese Bilder zusammen haben dann diese Collage von dem Lied ergeben Es funktioniert! Es spricht sich an! Schön, danke! Dieses Lied wird aber auf der ersten wirklichen, auf einem ersten wirklichen Album oben sein Ja! Das jetzt finally fertig ist und am 11. Mai präsentiert wird Im Flex Café! Schaut's vorbei! Schaut's vorbei! Wir werden alle dort sein! Möchtest du uns noch deine Bad Decisions vorstellen, bitte? Sehr gerne! Wir haben Michael Adey an den Glottenspielen heute Normalerweise an den Keys Katrin Kollaritz on the drums and the vocals Aber Micky singt natürlich auch und schreibt ganz viel auf Also wir schreiben zu zweit Und da drüben noch die Turgenland-Fraktion Georg Schober am Kontrabass und Bernd Fasten an der Gitarre Schön, dass ihr alle hier gewesen seid Ich bedanke mich ganz herzlich Danke für die Einladung! Tunt wieder rein, nächste Woche wieder Balcony TV Vienna Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!